Guten Morgen! Herzlich Willkommen in der Wellness Suite. Wir frühstücken gerade, aber ich kann das ja trotzdem mal alles zeigen. Also hier ist das Wasserbett. Wer noch keinen Wellengang hat, kriegt hier welchen. Wir haben sogar eine Sauna. Aber die ist echt warm. Ich muss da wieder raus, sonst habe ich Bacon auf meinem Brötchen. Und hier ist ein Dampfbad. Da kann man seinem Partner so richtig Dampf machen. Dafür kommt ihr wieder raus. Raus! Ich habe doch gesagt, die Kameras sollen draußen bleiben. Ist das schön hier. Während ich jetzt noch ein bisschen entspanne, gibt es ein paar Bilder vom Spa-Bereich. Ich fange jetzt nicht an zu kochen. Das wird jetzt das große Abschlusspeeling. Wir hatten ja gerade noch die Massage. Und jetzt vermenge ich hier eine Mischung aus Sand und Orange. Schmeckt eigentlich auch ganz gut. Und das kommt jetzt bei mir auf den Körper. Und dann bin ich wirklich erholt. Oh, ist schon vorbei. Oh, schade. Das war ein sehr schöner Tag in der Wellness Suite auf Aida Perla. Kann ich nur empfehlen. Man liegt hier im Wasserbett wie auf Wolken. Man hat alles da. Sauna, Badewanne, Ausblick, Frühstück. Ich möchte hier eigentlich nicht weg. Ich drehe mich noch mal kurz um und dann bin ich wieder weg. Oh! 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 Oh!